Yeah, sie ist endlich da! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Alex und heute gibt es wieder ein Unboxing. Und zwar packen wir die Setbox aus. Das ist wieder eine Monatsüberraschung. Und jetzt erstmal ein paar Details zu der Box. Und zwar kostet die Box im Einmonatsabo 24,99 €. Ich habe noch einen Gutscheincode im Internet gefunden. Ich habe jetzt ungefähr 22 € für die Box bezahlt. Ganz wichtig bei der Box, das Abo endet nicht automatisch. Man muss es kündigen. Allerdings ist es ein bisschen tricky. Und zwar gibt es da keinen Button, wo man dann einfach kündigen klickt, sondern man muss eine E-Mail schreiben. So schlau wie ich bin, habe ich mir natürlich gedacht, schreiben wir gleich die Kündigen, bevor ich es vergesse und das Abo weiter möchte. Ich habe dann sehr schnell eine liebe E-Mail zurückgekriegt. Und zwar kann man das Abo erst kündigen, wenn die Box verschickt wurde. So, man muss spätestens bis zum 20. des Folgemonats kündigen. Die Box wird zwischen dem 1. und dem 10. versandt. Okay, theoretisch hat man 10 Tage Zeit. So, am 11. September hatte ich dann immer noch keine E-Mail, dass es versandt wurde. Dann habe ich mich einfach mal eingeloggt, man musste sich ja einen Account erstellen. Da stand dann schon, Päckchen wurde versandt, also Status versandt. Okay, naja, dann muss es ja die nächsten Tage kommen, dann kündige ich einfach, wenn es ankommt. Dann habe ich am 13. September eine E-Mail gekriegt, dass das Päckchen jetzt versandt wurde. Da dachte ich, okay, vom 13. bis zum 20. sind nur so ein Tage. Sehr viel Zeit zum Kündigen. Ich habe dann auch gleich die E-Mail geschrieben, alles kein Problem. Die Box ist jetzt am 17. angekommen. Also wenn ihr wirklich nur einen Monat die Box abonnieren wollt, müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr mich die Kündigungsfrist verstreichen lasst. Es ist so ein bisschen tricky. Aber alles andere. Ich finde der Preis ist super. Und allein die Box, wie die aussieht. Oh, hier. Total schön designt. Also gar nicht zu verflächen mit der King's Dude Box, die wir ja schon ausgepackt haben. Ja, von dem her hat es sich schon gelungen. Ich hoffe, der Inhalt macht jetzt auch dieses ganze Kündigungsproblem wieder weg. Wett. Ja, lasst uns auspacken. So, was ist jetzt wo drin in der schönen Box? Wow. Ach ja, was ich noch gar nicht gesagt habe. Das ist die Marvel Box. Also es ist kein... Ich bin schon total gespannt, was drin ist. Das auch super schön innen designt. Das liegen von der Box. Wow. Sehr schön. Und, ach ja, es gab auch wieder eine Größentabelle. Es gibt wieder ein T-Shirt dabei. Und das springt mir natürlich auch gleich ins Auge. Und zwar... Wow, diesmal ist es wirklich eine Ladies Größe. Nicht so wie bei den anderen Boxen. Yay. Hier auch noch mal wunderschön. Das Muster, äh, das Muster, das Design, was auf der Box ist. Richtig schön. Boah. Die Farben sind natürlich auch richtig toll. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. So. Wow. Eiscube Tray. Sehr schön. Man kann sich Marvel Eiswürfel machen. Yay. Das packe ich auch gleich mal auf, dass man sie vielleicht noch ein bisschen besser sieht. Wow. So hier sind... 1, 2, 3, 4 verschiedene Designs für eure Eiswürfel. Und zwar einmal Iron Man, dann das Schild von Captain America. Dann sieht es aus wie The Thing. Und... Ich würde sagen, das ist die Faust von Hulk. Also, coole Marvel Eiswürfel gibt es demnächst. So. Uh, zwei Figürchen sehe ich. So, dann packen wir erstmal die aus. Oder holen sie raus. So. Da hätten wir einfach einmal Scarlet Witch. Und zwar werden die viele bestimmt von einem Avenger Film kennen. Oder von dem neuen sogar. Sehr schön von Cybill Braun. Ja. Ja, schön. Wieder ein Figürchen. Und es ist sogar noch ein Figürchen drin. Ein kleines, süßes Chibi-Figürchen. Sehr schön. Oh, das ist ein Figürchen. Das sind ja auch alles drin für 22 Euro. Ein Spiderman. Mini-Poster? Mini-Poster. Ist auch sehr stabil. Dickeres Papier. Yeah. Spidey. Ich sortiere hier natürlich alles wieder schön an, dass man es nicht sieht wahrscheinlich. so. Und noch ein kleines Outlet aus auch super schönem Design. Auf der Rückseite ist auch das nächste Thema abgebildet. Also das nächste Mal gibt es eine DC-Box. So. Was steht denn da alles drin? Mhm. Was die Setbox ist, steht drin. Ein paar Bilder, was die letzten Male drin war. So. Und dann steht natürlich auch drin, was drin ist in der Box. Einmal das T-Shirt. Ich muss zugeben. Wie gesagt, ich kenne nicht alles. Also das mit Wakanda. Also das ist bestimmt der Black Panther von Civil War. Jetzt macht es Klick. Okay. Ähm. Ja. Eben steht drin hier das T-Shirt. Dann die Figürchen. Da ist zwar Iron Man abgebildet, aber es gibt hier ganz viele verschiedene von den Figürchen. Und den Ice Cube Maker. Und den Print. Ja. Also hier sind noch kleine. Das ist auch ein Rezept. Leider alles auf Englisch. Ist zwar nicht so schlimm. Lese ich mir irgendwann mal in Ruhe durch. Ja. Und einfach kleine Sachen, Informationen stehen hier noch drin. Aber das ist auch richtig schön gemacht. Was ich super finde, ist einfach, dass ich so viel Mühe mit der Box und mit dem Outlet gemacht wurde. Das ist wirklich auch zu den Sachen passt, die drin waren. Und das ist wirklich eine Frauengröße. Das finde ich auch super. Bei den anderen Boxen konnte man ja auch immer Frauengrößen angeben, aber es wurde dann doch eine Männergröße geschickt. Das finde ich super. Ja. Wow. Was soll ich sagen? Also für das Geld ist wirklich viel super Zeug drin. Also die Setbox, außer das mit dem Kündigungsblabla Zeug, kann ich euch empfehlen. Also für das Geld. Und wenn man es im 3 Monats oder 6 Monats Abo macht, ist es ja auch wieder noch ein bisschen günstiger. Kann man machen. Finde ich gut. Und dass sich so viel... Ist einfach so viel drin gesteckt und... Ja. Ne. Kann man machen. Kann man erklären. Top Setbox. Auf jeden Fall. Nicht schlecht. Würde ich jetzt sogar vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf Platz 1 setzen zu den Sachen, die wir jetzt schon ausgebaut haben. Ganz dicht gefolgt von der Crankly Box. Ähm. Ja. Gut. Dann. Ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Auspacken zu gucken. Ähm. Bis zum nächsten Video. Bye-bye.